Hey, mein Freund. Schön, dass du da bist. Du bist spät dran. Wir wollten doch zur Weihnachtsfeier und wir müssen uns noch fertig machen. Ich sehe, du bist noch gar nicht fertig. Warum bist du da so spät? Die Bahn wieder Verspätung, okay? Pass auf, ich fange einfach schon mal an, dich fertig zu machen. Ich habe alles da, was wir brauchen. Und du entspannst dich einfach. Ich mache dich fertig. Alles klar? Okay. Okay. Hier mal deine Mütze. Okay? Dann starten wir jetzt los. Deine Haare sind ganz schön durcheinander. Machen wir sie erstmal ein bisschen nass. Okay. Hey, das sind ganz schön viele Knoten in deinen Haaren. Aber das kriegen wir hin. Als nächstes habe ich Haarwachs. Haarwachs von Phonix, 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 das beste Haarwachs überhaupt. Riecht mal. Oh, das riecht richtig gut. Riecht mal. Und das ist so hart. Warte mal, das ist richtig, richtig. Okay, ich muss mal ein bisschen was nehmen. Dann machen wir dir deine Haare. Das Gute ist, da brauchen wir noch ganz ganz wenig davon, weil das so intensiv ist. Und das riecht so gut. Und das riecht so gut. Ein bisschen immer noch. Das sieht richtig gut aus. Also fürs nächste Mal merken. Phonix, Phonix, Phonix. Phonix, Phonix. Okay. Okay. Let's next this. How many? How many more can you? Ja. Mein Lieblings-Deo. Mach mal deine Arme hoch. Einmal ganz hoch. Sehr gut. Sehr gut. Was brauchen wir noch? Was fürs Gesicht? Da hast du recht. Habe ich auch was da? Ah, die rät auch richtig gut. Die Nivea Soft. Ich mache erstmal ein bisschen was bei mir, okay? Okay, jetzt bist du dran. Mach mal deine Augen zu. Stern. Die riecht so gut. Also da kann heute Abend Dr. Weihnachtsfeier überhaupt nichts mehr schief gehen. Nivea Soft. Nivea. 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 Nivea Soft. Am besten schreibst du dir direkt deinen Zettel, damit du alles weißt, was ich auch brauche oder was wir immer brauchen, um uns fertig zu machen. Nivea Soft. 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 Nivea Kommentare schreiben, ob das, naja, alles ausgesprochen wird. Ist schwierig mit der Aussprache in einem Kommentar zu schreiben, aber ihr könnt ja diese Lautschrift nehmen. Auf jeden Fall ist es die Simiaki und ich liebe dieses Parfüm. Das riecht doch so gut. Riech mal. So rum ist besser. Okay, bist du bereit? Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, so, was braucht, was? Ich möchte noch ein bisschen Deo, vorne auf die Brust. Okay, kein Problem, warte. Okay. Und noch mal. So, wir werden mal. Lass mich mal deinen Kragen noch vernünftig machen von deinem Hemd, der ist da hinten so ein bisschen. Einen Moment. So, jetzt ist es viel besser. Okay, okay, warte mal. Okay, okay, warte mal. Da war noch ein bisschen besser. So. Mein Freund, wir sind fertig. Du siehst richtig gut aus. Wir werden viel Spaß haben auf der Weihnachtsfeier wahrscheinlich, oder? Ich denke auch, ich habe richtig Bock. Dann wünsche ich uns beiden einen wundervollen Abend. Und ganz viel Spaß. Und eine gute, 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 gute Vielen Dank.